Hey, das schaff ich jetzt niemals. Ich bin jetzt schon aufgeflogen! Stimmt Romant, mach dich wieder sohig, lass Romant für mich jetzt Romant rein. Aber der war auch in meiner Folge! Waaaaaow. Ich geb's dir zu, ich bin Imposter! Oh mein! Sehr full! Meine Lieben, vor allem der Chaos-Freak ist Backup-Start und der hat alles über dieses Eile. Jo, letztes Tod in der ersten Runde seiner Folge. Nice Team. Wirklich nice. Was macht ihr? Der Mango einfach sich krass garotter. Wer das nicht schickt, ist wirklich lost. Wollen wir drüber reden, was so passiert ist oder eher nicht? Nö. Warum Papu, warum? Cool, dass du dabei warst, Mango. Bis dann. Aber jetzt hier alleine, Alter? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Keine Ahnung, wirklich. Mango ist gewendet, ich habe es gesehen. Der ist raus, der Mango. Warte mal, es ist nur ein Kick gefallen. Es könnte sogar sein, dass er immer recht hat mit Mango. Das wäre sehr unglücklich. Also es macht halt schon Sinn, weil, also entweder Malte, Rewe oder Mango. Und jetzt sind zwei raus, das heißt... Ja, bei Mango haben wir gekickt. Malte ist der einzige, der gestorben ist diese Runde. Ich habe reportet und ihr wollt ja bestimmt wissen, wo die Leiche lag. Das wäre das schlechteste, ja. Alle, alle außer Rewe wollen das wissen, weil Rewe weiß ja, wo die liegt, ne Rewe? Natürlich weiß ich, wo die liegt. Erzähl es mir doch. Damit ich es auch weiß, Max, sag es mir. Möchtest du es den anderen sagen, was passiert ist? Ich habe absolut keine Ahnung. Also, ich war in den Überwachungskameras. Naja, und da habe ich gesehen, dass Rewe und Malte reingegangen. Und zufälligerweise ist nur Rewe rausgekommen und einfach kein Malte. Das heißt, Malte ist entweder gewendet, weil da ist er im Wend, oder er liegt da. Also bin ich die ganze Strecke da hingegangen und tatsächlich lag da Malte. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr. Das kann nicht sein. Hat mich abgeholt, hat mich abgeholt. Darf ich mich kurz verteidigen dürfte? Vielleicht ganz kurz. Also, ich kann euch sagen, dass ich erstmal Oxygen gemacht habe, als es gerade kam. Und dann habe ich gerade die ganze Zeit versucht, diese Karte bei Admin zu swipen. Und ich sage euch eins. Ich kenne die richtige Geschwindigkeit. Klasse Schellenposter. Ich war gerade unten mit Romatra bei dem Oxygen. Also, ich vote Rewe. Wir müssen einen flippen. Wir müssen einen flippen, Leute. Wäre ich Imposter gewesen, hätte ich ja Romatra auch killen können. Leute, wir müssen... Hey, das schaffe ich doch niemals. Das schaffe ich jetzt niemals. Ich bin jetzt schon aufgeflogen. Ich sage es euch, wie es ist. Wir haben nicht gefft. Wir haben nicht einfach gefft. Wirklich. Rewe war noch nicht fertig. Möchtest du nochmal deine Verteidigung hochfahren, Rewe? Ich habe gerade gesagt, dass ich die Karte geswipet habe bei Admin. Dass ich dafür sehr lange Zeit gebraucht habe. Dafür hast du sehr lange gebraucht, ne? Ja. Und ich habe eben mit Romatra zusammen Oxygen gefixt. Bzw. Romatra war schon dran. Das ganz rechts. Ich kenne die Map nicht auswendig. In der Nähe der Leiche, ne? Ja, ich bin aber tatsächlich von Admin rüber gelaufen. Und bin dann wieder zurück zu Admin und habe meine Karte geswipet. Und Romatra kann auch bestätigen, dass ich mit ihm da alleine war. Ich hätte ihn auch easy abmuxen können, wenn ich gewollt hätte. Ne, ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Ist der Kill passiert? Also sind Rewe und Malte nach Navigation rein, bevor oder nachdem Oxygen angegangen ist? Das weiß ich nicht mehr. Das ist aber wichtig. Das ist extrem wichtig. Aber wenn der Kill halt vor Oxygen passiert ist, kann er das trotzdem gemacht haben. Ich würde Rewe einfach trotzdem mal rausfordern. Aus welchem Grund? Bro, was ist das? Was ist das? Einfach jetzt lasen. Einfach komm, raus damit. Keine Wahl. Wie, keine Wahl? Das sind doch zehn andere Spiele, die suspicious sind. Gut, aber ich war es halt. Ich habe mir alles ausgedacht. Wirklich? Ja, ich habe mir alles ausgedacht, weil ich einfach nur Rewe weg haben wollte. Ehrenmann, Bro. Alter, das ist so unfair. Ich war es nicht mit Kameras. Der fetteste Random Vote, Alter. Und dann kick ich so. Nein, nein. Ein bisschen Intuition ist ja immer dabei. Na klar. Piep, piep, piep. Das ging aber schnell. Fünfkopf. Ich war im Schiff und habe geguckt, wer, ob da eine Leiche liegt. Und da lag eine Leiche. Und zwar ist es... Strätzig. Wer ist als letztes aus dem Schiff? Ich glaube, es ist ein Rewe. Keine Ahnung. Also, ich kann mal... Mango. Vielleicht ist es auch ein Selfie-Porn. Mango auf jeden Fall an der Stelle. Uuuuh. Im Schlitter. Wieso? Vielleicht steht er da auch wieder. Ich akzeptiere es. Mango hätte... Vielleicht ist er auch gar nicht in der Lobby. Mango hätte mich umbringen können, wenn er es gewollt hat, weil ich die Tür nicht aufbekommen habe. Es geht jetzt nicht um dich. Du musst mich jetzt mal zurücknehmen, Rewe inside. Nein, weil du gerade gesagt hast, er ist suspicious. Also, er hätte mich töten können. Woher wissen wir, dass Scherzig ein Imposter war? Weil er tot ist. Ah. Wes? Du warst nicht zufällig an Weißen, oder? Nö. Was will da jetzt jemanden? Mango hätte mich töten können. Ja, ihr seid halt beide dann im Problem. Also, jeder der jetzt gut zugehört hat, hat verstanden, dass es Mango ist. Ich geh dem Gruppenzwang mit. Ich wollt ihn raus. Bitte. Das kennst du aber jetzt schon an Mobbing. Ich habe gerade in den Kameras, in den Kameras, während das Licht aus war, habe ich beobachten können, wie Rewe Knu über den Haufen geballert hat. Und das ist eine Falschaussage, die ich jetzt anfechten werde. Weil ich nämlich in der Cafeteria bin und da den Müll weggeräumt habe. Weißt du, wie keiner macht? Weil das überall voller Müll ist. So, jetzt komme ich dazu. Ich konnte das sogar live beobachten. Das ist so gelogen. Wieso werde ich gemobbt? Du konntest das live beobachten, war der Schlag nach. Ich reflektiere deine Aussage, Rewe. Ich hätte noch eine kurze Frage noch. Ja. Welche Cafeteria? Ja, es war nicht Cafeteria. Da, wo man den Müll wegräumen muss, Mann. Er hat gelogen, Freunde. Mann, ich kenne die Webs nicht. Ich weiß zu 100%, dass es Rewe ist. Ihr könnt mir vertrauen. Ich bin vertrauenswürdige Person. Ey, das ist so schwachsinnig, Alter. Du warst auch gerade der Einzige, der... Guck mal, allein wie triggert er schon wieder ist. Ja, nee, es geht mir darum, dass ich ständig Rending gekickt werde. Weil ich zu emotional bin, Alter. Papa hat dich ja gesehen in den Kameras und Max kann es auch bestätigen. Alter, ich habe auch gesehen, wie Zola eben Elefanten geritten hat. Wir machen jetzt... Stopp, ich habe jetzt noch kurz Zeit. Ich mache jetzt ein Deal mit euch, okay? Ich mache jetzt ein Deal mit euch, ja? Also, ich gebe es dir zu, ich bin Imposter, okay? Ich habe es dir... Ich bin Mörder, ihr dürft mich verurteilen. Das glaube ich dir nicht. Der zweite Imposter ist Zola. Mehr werde ich nicht sagen. So, ich sage es, wie es ist. Okay, für die IQ-Analyse... Ich sage das nicht umsonst. Auf Wiedersehen. So, Digger. Das war klug von mir, denn jetzt wollten die gleich Zola noch raus. Und Henno fängt nämlich jetzt an, die Runde zu holen. Ich habe mich da ein bisschen blöd angestellt. Die Kameras mal wieder, ne? Die Kameras. Aber das, ich jetzt hier so, sage ich mal, gehandelt habe, das macht einen unglaublichen Verdacht auf Zola. So, Henno. Jetzt gebt dir mal Mühe, Alter. Ich habe nur eine Frage. Gehen wir mal von aus, Rewi war wirklich Imposter. Jawohl. Dann hat er uns ja quasi Zola gerade aufs... Warum sollte er das sagen, hä? Ich sage ja nur, das Leben von den Crewmates ist weniger wert. Ich glaube, es ist 50-50, weil entweder Rewi es triggert und will jetzt einfach nur seinen Imposter-Kollegen deswegen verkaufen. Oder er will einfach als Imposter nochmal dem anderen helfen und irgendjemand anders in die Sch*** reiten. Ach so, das sind die zwei Möglichkeiten. Das sind die zwei Möglichkeiten. Die dritte ist... Papo. Ich bin mir nicht sicher, wie gut Rewi in diesem Spiel ist. Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass er quasi damit versucht, jetzt zum Beispiel das Ultramind-Game. Genau, genau, genau. Ah, Freifeld. Ey, aber das Ultramind-Game wäre ja, dass wir denken, dass du es nicht bist. Genau das wollte ich bewirken. Ja, wir denken das, dass er bestätigt wurde mit Max. Genau das wollte ich bewirken. Aber dabei ist es Malte und hat jetzt das Meeting gemacht, um alle nochmal zu verwirren. Die Sache ist nur... Ist halt nicht so, ne? Oder... Ja, das ist nur ein Imposter. Es ist das Ultra-Ultra-Ultra-Mind-Game und es ist Flask. Er hat das einfach... Romana! Alter, Gigabyte-Game. Romana sagt die ganze Zeit nichts. Stimmt, Romana, das Spiel ist ruhig. Das Romana für mich ist Romana. Aber der war auch in meiner Folge. Mann! Leute? Henno, Junge, macht doch was. Stark. Malta... Uh, der hat noch einen umgemacht. Henno, let's f***ing go, Bro! Digga, Henno kann das schaffen. Henno kann das schaffen. Der ist gut, der Junge, der ist stark. Mango? Oh, Mango wird jetzt die Leiche finden. Nein, der findet sie nicht! Ah, doch. Malta ist schon länger tot. Vlesk ist schon länger tot. Malta ist noch nicht länger tot. Warum weißt du denn, dass Vlesk ungefähr in den Zeitraum gestorben ist, als du Vitals warst? Weil bei Vitals angezeigt wird, wer lebt und wer tot ist. Aber auch schon wie lange? Ne, ne, aber wenn man regelmäßig steckt, dann sieht man halt... Okay, ich stand da und dann auf einmal war er tot. Ich sag euch, das ist mega Omega-Fighted-Play von Revi und Max hat einfach Revi verkauft. Von Revi ist drauf angesprungen. Ich... Sola... Z... Gecheckt, sag ich mal. Könnt ihr euch covern? Papo-Sola? Nein. Safe? Nein. Nein, nicht safe. Max holt das Ding, Digga. Und das ist so gut. Das ist so ein smartes Play, was ich eben gemacht habe. Max-Spiel ist wirklich clever. Stark, Junge. Sehr stark. Sehr, sehr stark, Henno. Hat Papo in dieser Runde drei Leichen reportet. Und jetzt ist die Manchester-Beating... Das Manchester-Beating kann ich aber verstehen, das ist legit. Ich muss sagen, am Anfang der Runde war noch sehr trollig und jetzt turnt es... Äh, jetzt turnt es leicht ins... Ich muss nicht jetzt erscheinen, ne? Serious. Nein. Oh, no. Was? Wenn du jetzt für das Five-Fighted-Play gegangen bist... Nein. Nein. Einfach, einfach so. Einfach... Nein. Oh mein... Ja. Ja. Oh mein...